Wie seid ihr beide zum Kochen gekommen? Also bei uns zu Hause wurde gut gegessen. Ich habe dann studiert, bin in die Mensa und dachte, das ist für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Und habe angefangen, selber zu kochen. Habe aber zu Hause auch schon immer ein bisschen was mitgemacht. Und bei mir war es natürlich fast so ähnlich. Ich habe zu Hause auch gekocht. Meine Mutter hat zwar ordentlich gekocht, aber sie ist eine Weile ausgefallen. Und dann habe ich für die Familie gekocht. Ich habe drei ältere Brüder und für meinen Vater. Was ist so eure Philosophie? Also erst einmal wollen wir den Leuten klar machen, wie viel Spaß und Freude kochen macht. Dass es keine Frohn sein muss und keine Last, die jeden Tag als Pflichtübung erledigt werden muss, sondern dass es ein Vergnügen ist. Was würdet ihr einem Einsteiger empfehlen? Ja. Wenn jemand wirklich anfangen will zu kochen, dann gibt es eine Sache, die auf jeden Fall schon mal sehr praktisch ist. Das ist der chinesische Bock. Und wenn man das einmal begriffen hat, das Prinzip, dass man alles klein schneidet, damit es schnell gar ist, dann kann man dort reintun, was man schmeckt, wenn man so will. Und es ist genug fertig und es wird immer einigermaßen gut schmecken. Ein Essen ist nur so gut wie die schlechteste Zutat, die man dabei verwendet. Mit dem neuen Kochbuch, das ihr rausbringen werdet, beschäftigt ihr euch mit einem Thema, was euch vielleicht sehr am Herzen liegt. Und worum geht es mit diesem neuen Kochbuch? Also Lieblingsrezepte aus deutschen Landen. Ja, so kann man es auch sagen. Und jetzt folgt ein zweites Buch noch. Und da haben wir dann die einzelnen Regionen von NRW. Das ist auch das erste Buch, was ihr zusammen mit den Werbeagenten rausbringt in der Edition Essentials. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Wie immer spielen glückliche Zufälle eine Rolle. Wir haben Kontakt gekriegt über einen befreundeten Fotografen, der schon ganz viel und ganz oft uns fotografiert hat. Auch Titelbilder für unsere früheren Begleitbücher. Gott sei Dank haben die Essential-Verleger gesagt, das ist eine gute Idee und da machen wir was miteinander. Okay.